Hallo, Neuigkeiten von unseren beiden alten Jungs. Hallo, das ist Andy, oder? Hallo Andy. Ja, 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 ja. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, man ist sehr erwartungsvoll, weil, weil, weil. Ui, 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 ui. Hey, Dicker. Winnie. Ja. Und Andy. Andy ist immer noch nicht so ganz erbaut von uns. Aber diese große Hysterie hat er schon gelegt. Die große Hysterie hat sich schon gelegt. Ja, das ist schon ein ganz schönes Früchtchen. Und die Früchtchen. Und die Winnie. Du, du kleines agiles Ding, du. Wie so eine Moräne kommt er da ja immer rausgeschossen. Jetzt soll man das mal hier aus dem Spiel nehmen. Dass die Hysterie sich ein bisschen legt wieder. Jetzt bin ich einfach nur so da. Ist doch auch gut, ne? Das ist doch auch gut. Na, du wedelst ja. Ja, du wedelst ja. Ei, 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 ei. Hallo. Andy, hallo. Ja, alles gut. Alles ist gut. Ich bin einfach nur da. Sozusagen zu Besuch. Der sitzt auf jeden Fall immer mit der Winnie vorne hier auf der Palette und guckt. Das ist doch schön. Und er hat schon mal die Hütte gewechselt. Ja, 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 ja. Also, du hast schon recht. Du hast schon recht, Dicker. Das ist oberend. Ja, so haben sie sich schon so ein bisschen eingelebt, die beiden, ne? Ja, ja.